und damit herzlich willkommen zu let's play arm and war for part 3 zum dritten mal ich bin schmul wo ist noch? ja ich bin noch ähm ähm vergiss was gerade passiert ist ich hasse nur gerade die Maschinen da heiß du kannst jeden Tag alle 6 täglichen Aufgaben wählen aha du hast angeholt um an ok kennen wir schon oh of 40 oh F40 oh den X oh Dragon 90 sorry Gaios Gaios Digga Gaios Digga Gaios Digga Egal und genau verteidige die Küchenlinie verteidige die Nachspark und verteidige das Museum und 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 Wasserfall ist alles gut. Klatsch. Uh, der Aua ist weg. Komm schon, Gummipanzer. Und sei kein Gummipanzer? Jetzt will ich echt komplett verarschen. Fack, meine Waffe. Pff, Waffe. Gut. Er braucht Hilfe. Hilfe. Hier ist die Hilfe. Hier ist, um... What the fuck? Pff! Okay. Köln-Nummer 2. Bitte, 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 bitte. Funktionierer Plan. Das hat super geklappt. Ketten sind kaputt gegangen. Das ist es. Hock. Ach, Manu. Ihr dürft jetzt mal kurz auf vor die Zuschauer werden. Ich hab's jetzt. Ich hab's jetzt. Vielen Dank. Vielen Dank. Mit einem anderen Panzer halt. Vielleicht sogar noch ein... Oh, der hier hier hier... Der hat einen gewissen Stürmer. Uh, uh, uh... Das wird super. Entweder die Swingfire oder die Trig... Oder der Trig... Ich mach' einen Swingfire-Battle. Die ist nämlich auch ganz geil. Ich gucke den Raketen. Lenk-Raketen. Ein Schuss. Ähm, auf den Gegner halten. Ich gucke den Wuppen. Ah, na. Oida. Hier läuft... Hier läuft... Hier läuft... Jetzt hab' ich noch zwei... Oh, da... Zwei, 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 drei. I don't know... Chief... Make five. Okay. Kann ich nicht... Chief, make five. Chief, mark, fünf. Besser gesagt. Ah, 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 ah... D, 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 D... Ähm... Ich laufe noch die zurück, aber... Oh, Mann, Adi. So, wo ist der Chief? Ach so, Chief... Chief Team. Sieht bescheuert aus. Los geht's. 27, 26, 25, 25, 24, 23... 22... 21... 20... Warum steht das Spiel eigentlich von 30 und eigentlich von 10? 9... 8... 7... 6... 5... 9... 8... 7... 6... 5... 4... 3... 2... 1... 4... 3... 0... 4... 5... 6... 5... 5... 6... 7... 7... 7... 8... auch noch ein Kehl Die VBA scheint eine Notfallplanung abzuhaben und ist mit den Vorräten geflogen. Wenn wir sie verlieren, dann lage ich noch einen Foto. Die VBA ist ein 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 Foto. Ich bin raus. Boom, beam, bam, bam. Und danach lade ich erst mal ein paar zwei hoch. Ach du Scheiße! Drei und sechst du den! Ah, ist klar. Zwei Scorpions und drei Leopard eins. Ist klar. Ich bin raus. Ich bringe Leutnams und ich muss den Leutnam zerstören. Hier, sorry, sorry. Wir. Der Leopard bleibt stehen. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, doch nicht. Oh, mein Gott, wie viel... Wie ist hier denn? Auch nicht besser. Oopsie. Oopsie. Oh, mein Gott. Ah, der dritte Leopard ist da. Drei Leoparden, zwei Skorpions, gegen einen Haufen Panzer. Oh, was ist das? Boom! Tak. Ups. Der existiert auch nicht mehr. Boom! Bitch! Warum geht ich jetzt ausgeschaltet? Warum werde ich jetzt kaputt? Boom! Boom! Leopard 1, zwei Skorpions? Oh! Boom, bitch! Get out of the way, bitch! Get out of the way, bitch! Get out of the way, bitch! Oh, cool! Ja. Ja. Boom! Oh yeah! Ja, da sind wir hier. Vielen Dank. Vielen Dank. Wo anliegt das? Genau! Weil es so altes Dressens ist. Jetzt war's. Bei 3. Da war ich nicht tot. Plus 2. So. So, jetzt schauen wir uns mal die Kiste an, die ich gekriegt habe. Uh, ist schon nix. Motoröl. Plus 6. Klatschen … Kommandant und dann die Platte Akzept Zug ich habe Premium gezeigt A A A A A A A Oh, la 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 la. Das ist auf jeden Fall eine kleine Chromverkleidung. Und damit beende ich auch den Part bei 26 Minuten ungefähr. Vergesst nicht zu bewerten oder vielleicht sogar zu abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich glaube, es muss Part 4 sein. Ich weiß es selbst nicht. Ich glaube, Part 4. Bis dann. Ciao. Ciao.